Wir starten diese Sendung sehr sportlich, nicht vergrönen jetzt, Lie. Ach so. Ich brauche dich ganz dringend. Ich brauche mich auch. Wir kommen zum Heimalsondag aus der Friedenstraße aus Berlins neuster und größter Boulderhalle mit einer echten Boulder-Expertin. Wie lange boulderst du schon? 5 Jahre. Na ja. So, wie lange ist bei mir jetzt schon her, das nicht mehr gebouldert, ist schon ganz schön lange her. Also ich suche einen Weg nach oben und gleichzeitig suchen wir in dieser Sendung auch noch einen Altar, der ist nämlich verschwunden, und zwar der Altar der Auferstehungskirche. Bleibt spannend, am Ende der Sendung wissen wir gemeinschaftlich mehr. Und damit willkommen zum Heimatjournal aus der Friedenstraße. Die Friedenstraße. Vielleicht wirklich die friedlichste Straße mitten im quirligen Berlin. Eineinhalb Kilometer ist sie lang. Ihr Name erinnert an das Ende des deutsch-französischen Krieges 1871. Und friedlich sind hier nicht nur die Friedhöfe, sondern auch drei Kirschen. Die Friedenstraße liegt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Sie beginnt am Friedrichshain, quert den Platz der Vereinten Nationen und endet kurz vor der Karl-Marx-Allee. Immer auf der einen Seite begleitet von ganz viel Grün. Und hoch mit dir. Ja, sehr schön. So, Unterarm und Schultern. Warum ist denn das hier ein idealer Ort für so eine Boulderhalle? Na ja, erstens, wir haben verschiedene Räume, die abgetrennt sind. Das ist einmalig. Meistens hast du immer einen Riesenraum. Und hier hast du eigentlich dein Space für dich, wenn du willst. Das ist zum Beispiel ziemlich geil. Also die Decken sind genau ideal hoch. Das ist riesig. Im ersten Leben war das hier der Keller des böhmischen Brauhauses und gehörte im zweiten Leben in der DDR, dem VEB-Weingroßkellerei Berlin. Hier lagerte vermutlich Honeckers Champagner oder Krimsekt. Es gibt eine Erhebung vom Deutschen Alpenverein. Und wenn du abspringst, wir können auch gleich noch ein Falltraining geben. Laut Deutschen Alpenverein sind zwei Drittel der Leute in Kletterhallen in Deutschland männlich, nur andere Frauen. Warum ist das so? Ja, das ist die Frage. Ich glaube, wir müssen es einfach populärer machen. Wir haben jetzt am Samstag eine Flinter Night. Flinter heißt? Flinter Female, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans. Okay. Und Agenda. Und genau, da wollen wir das schaffen, dass für Flinter Personen ein safer Space geschaffen wird, wo man dann merkt, okay, man kann sich hier auch frei bewegen. Und ja, es ist halt einfach auch ein Kraftsport, das muss man auch sagen. Da Kraftsport machen meistens Männer. Und es wird aber immer populärer, auch bei Flinter Personen. Und ich glaube, ja, wir geben jetzt auch öfter Flinter Kurse. Vielleicht können wir hier auch so eine Community schaffen, dass dann mehr Flinter Personen hier aufbouldern. Okay. Wenn du möchtest, kannst du mal eine etwas schwierigere Boulderroute ausprobieren, die vier. Die vier. Ich glaube, die könntest du schaffen, wenn du, also dein Körpergefühl an der Wand ist schon mal ziemlich gut. Du versuchst immer, eine Hüfte am besten an der Wand zu lassen. Ja. Und die Füße hochzusetzen, immer, wie gesagt, die Fußspitze und möglichst lange Arme. Aber die Hand ist schlechter als linke Runde. Rechts, weiter rechts. Ja. Und jetzt. Schiff dich, drück dich, ja. Und jetzt bist du dran. Jetzt den Lektor hochsetzen. Komm. Ja. Und hoch. Schön tief bleiben. Jo. Jetzt hast du es. Ja. Ja, ey. Starke Sache. Wenn du noch kannst, besser für deine Energie. Stark. Wie siehst du? Hat geklappt. Wahnsinn. Wirklich dann doch überraschend anstrengend. Von wann bis wann seid ihr da? Jeden Tag von neun bis... Zehn Uhr. Von neun bis zehn Uhr. Wir müssen um zehn Uhr schließen. Von neun bis zehn? Achso, von morgens neun bis abends. Ab 22 Uhr ist zu, damit die Nachbarn hier schlafen gehen können. Weil die Leute sehr laut stöten und keuchen hier an der Wand. Nee, weil wir, also hier drinnen hören sie nichts. Das ist ja ein Bunker. Ja. Aber sobald Leute rausgehen, quatschen sie ja gerne. Und ja, das ist dann zu laut. Okay. Und wir sind ja, wie du gesagt hast, ziemlich zentral in der Friedensstraße. Und da müssen wir leider um zehn schließen. Okay. Jetzt kommen wir zum Mann, der, glaube ich, aber beruflich auch sehr viel klettert. Leider hoch, Leider nämlich runter. Der ist Trockenbauer und kennt sich super aus hier im Kiez. Und da zählt so ein bisschen was. Luftfohnen. Erzählt uns ein bisschen was und das wird man sicher nicht trocken. Ah, hallo. Grüß dich. Es gibt halt Friedeshain hip und jung und es gibt Friedeshain hier. Und mir gefällt es hier deutlich besser. Ich bin Björn Schlesigang, bin Trockenbauer. Ich bin hier in dieser Umgebung aufgewachsen. Habe hier auf den Baracken gespielt damals. Habe mein Jugendtier verbracht, da hinten war meine Schule. Also die Friedensstraße bedeutet für mich auch ein Stück weit Geschichte. Ich bin geboren in Friedeshain und bin 1987 direkt hierhergezogen mit meiner Familie damals, Bruder und Vater. Da hieß es noch Leningplatz. Ist ein Stück normaler Plattenbau, wenn man es mal so nennen darf. Wir haben ihn früher U-Block genannt, weil er wie ein U aussieht und ich habe dort vorne gewohnt in der Nummer 11. Hier ganz oben auf der Elfte Etage, wo man jetzt die schöne schwarze Markise sieht, da habe ich gewohnt. Und von dort aus hatte man einen super tollen Blick direkt auf den Leningplatz. Als das Leningmal demontiert wurde, war ich neun Jahre alt. Für mich war es natürlich super interessant, man konnte viel in der Schule erzählen. Ich war einer der wenigen, die es eben live und von oben tagtäglich sehen konnte. Riesenkräne standen dort, es wurde irgendwann alles abgezäunt aufgrund der Demonstration, weil ja auch viele Leute es verhindert haben wollten, was schlussendlich nicht geklappt hat. Aber der Fakt war, dass ich jetzt jeden Tag miterlebt habe, wie Lenin Stück für Stück für Stück kleiner wurde und angefangen hat es am Kopf. Viele Leute haben sich gewünscht, dass er stehen bleibt, viele wollten eine Veränderung haben und die Veränderung hat sich schlussendlich durchgesetzt. Jetzt liegen da mehrere Steine. Jeder Stein, der hier ist, kommt von einem anderen Kontinent und hier sieht man es, dieser Stein kommt aus Afrika. Und deshalb heißt es ein Platz der Vereinten Nation. Zur Wendezeit standen hier relativ viele Autos rum, Wartburgs, Trabis, die halt alle verlassen waren, Scheiben eingeschlagen, jeder hat seine Ersatzteile ausgebaut. Ja und auch ich habe mal wirklich Bockmist gebaut, indem ich halt ein Autoradio mitgenommen habe. Das lag da so verführerisch auf dem Beifahrersitz, griff rein und eine Minute später klickten dann die Handschellen und dann ging es eben im Polizeiwagen ab zur Polizeiwache. Die war hier um die Ecke rum. Mitte, Ende der 90er Jahre wurde dieses Polizeiräufe dann auch geschlossen. Jetzt steht das Gebäude leer. Nicht immer noch nach diesen alten Akten, echt schrecklich. Nur weg hier. Ich bin ein Trockenbauer geworden, habe 1999 meine Lehre angefangen und 2009 kam der Entschluss, sich ihn selbstständig zu machen und dann kam der Sprung ins kalte Wasser. Na, hallo Hartmut, grüß dich. Hallo. Und, gab es irgendwas? Ja, mir ist eine Anfrage reingekommen, müsstest du mal bitte zurückrufen? Alles klar. Wir machen zu 90 Prozent Trockenbauarbeiten. Der Rest sind akustische Maßnahmen oder auch Sonderwünsche. Aber grundlegend sind es Trockenbauwände und Trockenbaudecken. Meine 18 Mitarbeiter sind Gott sei Dank in ganz Berlin verteilt. Wir haben also gut zu tun, auch bis ins nächste Jahr hinein. Auf dieser Tafel sieht man die Einsatzplanung von uns. Auf der linken Seite stehen die Bauvorhaben. Hier stehen die einzelnen Wochen dran mit den Teams. Und hier, für dieses Team, gehe ich jetzt Schrauben holen. Meine Familie ist halt mein Unternehmen. Deshalb bin ich ledig. Wir halten hier alle zusammen. Das ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ich lasse nicht den Chef raushängen, so wie es viele andere machen. Hi. Hallo Stefan, grüß dich. So, hier. Danke. Für die Deidesheimer Straße. Die Kollegen warten schon. Unser Kraftfahrer Stefan, den kenne ich tatsächlich seit 1988. Wir sind beide auf dieselbe Grundschule gegangen da drüben. Wir sind also schon 26 Jahre. Das ist die neue Melzerei. Und auch hier haben wir Trockenbauarbeiten ausgeführt. Da gehen wir jetzt mal hoch. Auch die Herausforderung hier war eben der Denkmalschutz. Dass eben innerhalb der Kappendecken keine Bohrungen erfolgen durften. Jedoch haben wir es hier genehmigt bekommen. Die Deckensegel jeweils mit vier Drahtabhängern abzuhängen. Der Nachhalteffekt, der ist sozusagen auch wecker. Der ist komplett weg. Und es sieht gut aus. Ich fühle mich hier wohl und will ja eigentlich auch nicht weg. Wenn es dann irgendwann so weit ist, an der Friedenstraße, ist da hinten auch ein schöner Friedhof. Da wird dann auch mein Leben enden. Wir sind in der Friedenstraße und besuchen jetzt einen ganz und gar unfriedlichen Ort. Hochspannung war hier schon immer das Motto. 1900 als Umspannwerk Ost fertiggestellt. Und heute Mord und Totschlag. Das Berliner Kriminaltheater. Von hier aus sieht man es selten. Frank ist der technische Leiter. Das ist sozusagen dein Arbeitsplatz, dein Kabuff. Und du hast in den vergangenen Jahren vermutlich schon sehr, sehr viele Kriminalfälle auf der Bühne gesehen. Was ist der perfekte Mord deiner Ansicht nach? Ja, den, den man nicht sieht, oder? Ach so. Das ist ja genau dein Job, dass man da alles sieht auf der Bühne, ne? Tendenziell. Wir können es ja mal heller werden lassen, oder? Du hast die Macht über die Regler. Genau. Spot on. Vorhang auf. Samson, aus. Darf ich Ihnen jetzt dein Legerchen geben? Ach ja, bitte nur zu. Er ist in der Küche, die Sie gehört. Ja. Das ist ja für Sie. Mein Leckerli. Sozusagen, ja. Der Angeschön, da war schon sehr viel Schönes dabei. Wir kommen jetzt runter. Eigentlich unhöflich, so eine Probe zu unterbrechen. Guten Tag. Ach, schönen Tag, hallo. Andreas, du bist der Chef, ne? Olli. Einer von den beiden Chefs, genau. Einer von den beiden Chefs, richtig. Hallo, Alexandra. Andreas. Hallo, Andreas. Alejandro. Hallo. Was haben wir eigentlich gerade gesehen? Wir haben gerade eine Szene aus dem Stück Das Paket von Sebastian Fitzek gesehen. Ah, interessant. Und wer ist der Mörder? Geht es um den Mord? Es hat ja irgendwas Kriminelles vermutlich an sich. Es hat was Kriminelles, ja. In diesem Fall geht es mal nicht um einen Mord, sondern um ein anderes Verbrechen. Aha. Das ist ja interessant, dass wir eigentlich ja alle sehr friedliebende Wesen sind und da auch demonstrieren gehen für den Frieden. Aber wenn es so um Mord und Totschlag geht, zumindest im Fiktionalen, da sind wir alle hoch begeistert. Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil man das im Leben eigentlich eher nicht haben möchte. Nee. Und trotzdem ist es diese Suche nach dem Verboten und dieser Nervenkitzel, der da mit dranhängt, vielleicht ist das so ein bisschen, was man im Alltag nicht hat, sucht man sich in den Geschichten. Eine kleine Weltenflucht, die dann doch auch eine Erkenntnis stiftet am Ende. Wenn wir hier schon mit Kriminalprofis auf der Bühne stehen, könnt ihr uns einmal zeigen, wie man überzeugend stirbt? Ich würde dich gerne mit Giftsterben sehen. Ganz heimtückisch hat dir jemand Arsen in die Suppe gemischt. Ja, gut. Ja? Setz dich mal. Ich setz mich, ja. Ich setz mich. Du bist der Mörder. Dann würde ich sagen, mein Lieber, lass es dir schmecken. Danke. Von Herzen zubereitet. Was war da drin? Äh, Karotte war da drin und Sellerie. Da war noch was anderes drin. Ja, ein bisschen Zucker. Ich fühle mich nicht gut. Ach was. Das kann gar nicht sein. Ich bin nicht gerade. Vielleicht eine Allergie gegen Pfeffer oder Muskatnuss. Gott, dafür kann ich irgendwie helfen. Umwerfende Kochkunst, die ich da habe. Hört ja auch nicht auf zu zucken. Am Ende liegen sie immer alle, egal wie man sie umbringt. Sehr gut. Ja, und wo es so viele Tote gibt, ist es eigentlich gut, dass ein Friedhof nicht weit ist. Und da gibt es in der Friedstraße einen sehr großen Friedhof und den besuchen wir jetzt. Der Plan ist heute, die Hecke reinmachen. Frank Bratz ist hier einer der Friedhofsgärtner, seit drei Jahren. Seine Gießkanne heißt wie er. Mittlerweile fühlt er sich hier wohl. Das war am Anfang nicht ganz so. Na ja, da überlegt man schon, wenn man über den Grab läuft, da liegt einer unter. Oder wenn man irgendwo buddelt, das ist dann schon ein komisches Gefühl zum Anfang. Ist ja klar. Nach ein paar Jahren ist das mehr für einen mehr wie ein Park. Ein friedlicher Park als Friedhof. Der Friedhof in der Friedenstraße. Für viele tatsächlich mehr als eine Ansammlung von Grabstätten. Mitten in der Stadt so eine kleine Oase. So ein bisschen Ruhepol, ein bisschen zur Ruhe finden, kurz mal entspannen und mal ein bisschen raus aus dem Togel, aus dem Stadttogel. Hier liegen unsere Leute, hier wollen wir selber hin und selber bin ich auch schon über 90. Bei Friedhofsgärtner Frank Bratz schaut der Chef vorbei. Hallo. Hi, hallo. Ja, ich bin jetzt fertig. Super. Ist so weit drin die Hecke? Ja, schön. Dann ist alles vorbereitet. Olaf Bartenstein ist der Friedhofsverwalter hier. Und dann kann sich so früher entwickeln. Genau, ist es fertig. Super. Von Olaf Bartenstein erfahren wir, dass die ursprünglich drei Friedhöfe von zwei Gemeinden, der Georgen-Paruchal-Gemeinde und der Petri-Louisen-Gemeinde, mittlerweile zusammengeschmolzen sind. Angelegt wurden die Friedhöfe im 19. Jahrhundert. Diese Friedhöfe sind mal vor der Stadtmauer von Berlin angelegt worden, also außerhalb der Stadt. Und mittlerweile hat die Stadt diese Friedhöfe eingeholt und sie liegen mitten in der Stadt. Von zu vielen Gräbern oder Platzmangel kann jetzt keine Rede mehr sein. Im Gegenteil. Das war mal alles belegt, dicht an dicht, ein Grab neben dem anderen. Mittlerweile alle Gräber aufgelassen und von uns abgeräumt und Gras angesäht. Das kommt immer häufiger vor durch den Wandel der Bestattungskultur, weil immer mehr die Tendenz zu Urnen besteht. Und natürlich der Platzbedarf einer Urne nicht so hoch ist. Manche legen aber weiterhin Wert auf ein Grabmal. Viele entstehen ein paar Meter weiter in der Friedenstraße in der Werkstatt von Steinmetz-Toral-Frospino. Seit 1988 arbeitet er als Steinmetz. Früher waren sie hier in der Werkstatt zu dritt. Jetzt macht er die Arbeit ganz allein und er mag sie sehr. Grabstein ist das Letzte, was man für einen Menschen tun kann. Und deswegen ist mein Bestreben, das so persönlich wie möglich zu machen. Toral-Frospino stellt Grabmale in den unterschiedlichsten Varianten her. Er versucht, die Wünsche der Trauernden so gut zu erfüllen wie nur möglich. Eine Dame, die kam dann mit einem Ornament an, so einem Maiglöckchen in Karton, schon ausgeschnitten. Das war Muttis Lieblingsblume. Die muss damit drauf. Und dann habe ich ihr angeboten, damit sie ihre Trauer bewältigen kann, wenn ich das hier gesandstrahlt habe, dass sie vorbeikommt und dann die Schrift ausmalt. Das hat sie getan. Und danach ist sie wirklich glücklich nach Hause gegangen. Das Letzte bisschen Trauerbewältigung, was sie machen konnte. Zurück auf dem Friedhof, wo uns Olaf Bartenstein noch deutlich größere Grabmale zeigt. Wandgrabmale, teils verfallen, teils aber auch wieder hergerichtet mit Geldern des Bundes, wie dieses von 1872. Gerade dieses Grabmal drohte umzustürzen und der Nachwelt verloren zu gehen. Und jetzt steht es hier wieder in alter Schönheit. Das Vergängliche kann in gewisser Weise eben auch sehr schön sein. Und das zeigt sich an so vielen Stellen auf dem Friedhof an der Friedenstraße. Es gibt hier so einige Orte, die man als besonders friedlich bezeichnen könnte. Zum Beispiel die drei Kirchen, die es in dieser kurzen Straße gibt. Wir sind verabredet in der Auferstehungskirche, die insofern sehr besonders ist, als dass es hier einen Altar gibt, den man nicht auf den ersten Blick sieht. Den muss man suchen. Warum das so ist, lassen wir uns jetzt erklären von der Pfarrerin Marleen Reinke. Endlich mal eine Kirche, die warm ist. Frau Reinke. Da ist Licht an. Hallo, hallo. Da ist jemand. Guten Tag, hallo. Sie kochen gerade Kaffee, das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, für Sie immer. Dankeschön. Heitig willkommen in der Auferstehungskirche. Danke, das ist ja aber interessant, dass hier im Eingangsbereich sozusagen gleich eine Küche installiert ist. Ja. Wofür ist die da normalerweise? Sie stehen nicht immer hier. Ich stehe nicht immer hier, nein, ich stehe an verschiedenen Orten. Ich sitze im Büro, ich bin im Gottesdienst, ich bin aber auch hier manchmal hinterm Tresen. Genau, wo es gebraucht wird, ich glaube, eine Küche braucht jeder Mensch. Und Jesus hat ganz viel mit Menschen gegessen. Insofern sind Kirchen auch immer Gasthäuser und Orte, wo man gut versorgt ist. Das ist interessant, dass man auch alles immer mit Jesus begründen kann. Da drüben an dem Raum steht Winterkirche. Ist das der Raum, in dem Sie sich gerade versammeln mit Ihrer Gemeinde? Genau, das ist unser Gottesdienstort. Früher feierte man nur im Winter dort Gottesdienst. Heute feiern wir das ganze Jahr über dort Gottesdienst. Der sieht überraschend klein aus, der Raum. Ja, das stimmt, aber er genügt. Also hier passen 50 Menschen rein und so 30 bis 50 Menschen kommen hier am Sonntag in den Gottesdienst. Draußen steht dran, selig ist, wer Frieden stiftet. Oder selig sind, die Frieden stiften. Muss man sowas draußen erhängen haben, wenn man in der Friedenstraße eine Kirche hat? Ich glaube ja. Und in diesen Zeiten vielleicht auch? Genau, ich glaube, weil einfach Frieden in diesen Zeiten ein großes Thema ist. Also Menschen haben einfach eine große Sehnsucht nach Frieden und Menschen beten für den Frieden. Das machen die hier in der Kirche, das machen die aber auch, glaube ich, an vielen anderen Orten zu Hause oder abends vorm Schlafen gehen. Uns würde, glaube ich, an dieser Stelle erstmal sehr befriedigen, wenn wir ein Rätsel lösen könnten. Und zwar, wo befindet sich der Altar? Weil das ist zwar auch einer, das ist einer, aber es gibt noch einen anderen, oder? Es gibt noch einen anderen Altar. Wo müssen wir da hingehen? Dann kommen wir mal mit. Ja, komm ich mit. Das ist das Lager unter der Kirche? Das ist das Lager des Umweltforums. Wir haben nur einen kleinen Bereich zum Lager, aber hier lagert unser Altar. Das ist der Altar? Das ist der Altar. Und da drauf liegt das Taufbecken. Sollen wir das Becken mal runternehmen? Soll ich dir das mal zeigen? Ja. Oder gar nicht so leicht, ne? Muss man als Pfarrerin sonst nicht alleine machen? Nein. Also ich sehe zum einen, dass der Altar irgendwie neu modern aussieht. Ja. Der ist noch gar nicht so alt, oder? Genau. Der ist sozusagen gemacht worden für den Umbau oder nach dem Umbau zur neuen Einweihung. Okay. Welche Bedeutung hat der Altar für Sie als Pfarrerin? Wie ist so ein Altar optimalerweise gebaut, dass Sie sagen, richtig guter Gottesdienst? Also der Altar ist ein Tisch in der evangelischen Kirche. Der ist und bleibt ein Tisch. Mehr ist es gar nicht. Und damit, genau, und auf diesen Tisch gehört ein Kreuz, eine Kerze und Blumen. Das heißt, wir haben jetzt eine halbe Stunde lang den Leuten erzählt, ey, wir suchen einen Tisch. Das wird super spannend, wir suchen einen Tisch. Jetzt haben wir ihn erfunden, den Tisch. Den Altar-Tisch. Aber das ist ja interessant, dass wir hier sozusagen einen Fahrstuhl haben, in einem Keller stehen, der irgendwie gar nicht mehr nach einem Kirchengemäuher aussieht und auch der Altar neu ist. Sprich, die Kirche da oben, die sieht formuliert jetzt auch ganz anders aus. Die sieht auch ganz anders aus. Die willst du auch mal sehen, oder? Aber hallo, wir können jetzt nicht aufhören. Das ist der Saal. Der sieht ganz anders aus, als man es sich vorstellt von außen. Wow. Also ich meine, die Orgel, das ist Kirche und hier das Bleikristallbild, wie sagt man? Bleikristallglas. Und, ähm, aber ganz wie so ein Konferenzraum. Genau, das ist es auch. Und hier, hier käme, guten Tag. Hallo. Hallo. Andreas Jakob. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hier kommt der Fahrstuhl dann hoch mit dem Altar. Ganz genau. Okay. Haben wir das Rätio also gelöst? Jetzt ist aber natürlich die spannende Frage, warum wurde diese Kirche so radikal umgebaut? Weil sie so kaputt war. Sie war so nicht mehr zu halten und wir mussten eine Lösung finden, wie wir die Kirche quasi retten können. Und, äh, ja, aber uns noch jemanden mit ins Boot holen, damit wir hier zusammen irgendwie diesen Raum und diesen Ort beleben können. Wer ist denn der jemand, der mit dem Boot sitzt? Hallo. Das Umweltforum. Okay, das ist das Umweltforum. Ja. Was macht das Umweltforum? Ja, gucken Sie sich den Raum an, dann haben Sie eine Ahnung. Also wir führen hier Veranstaltungen durch. Ohne Orgel. 70 bis 80 im Jahr, auch manche mit Orgel, viele Fachtagen, Kongresse, viel so im Bereich Nachhaltigkeit, Gesundheit, Klimaschutz, aber auch Firmen, Vertriebsveranstaltungen, Events, Weihnachtsfeiern, also eigentlich die ganze Palette an Veranstaltungen. Und warum haben Sie sich damals genau dieses Gebäude rausgesucht als Heimat? Naja, tatsächlich sind wir eigentlich gegründet worden, unter anderem von der Kirchengemeinde als GmbH. Also wir sind, wir gehören auch zum Teil der Kirchengemeinde und sind eigentlich gegründet worden, um genau das hier zu machen, nämlich diesen Ort zu bespielen. Mit Veranstaltungen, denn der Umbau hat ja auch eine Stange Geld gekostet und unser Job ist quasi das auch zu refinanzieren mit den Einnahmen, die wir erzielen, durch die Vermietungen für Veranstaltungen. Okay, Herr Inke, von Ihnen weiß ich schon, dass Sie sich wahnsinnig gut auskennen als Kirchenmitglied mit der Geschichte der Kirche. Wenn man sich die draußen anguckt, fällt ja auf, dass der Turm irgendwie ganz schön abgesäbelt ist. Ist das original so gewesen? Der fehlt natürlich, die Spitze fehlt ganz einfach. Im Zweiten Weltkrieg war der Turm auf dieser Höhe, der jetzt ist, tatsächlich runtergefallen. Und dann war auch die Situation, dass auch der gar nicht höher gebaut werden durfte. Es gab nämlich einen Beschluss von Walter Ulbricht, dass als die Stalinallee gebaut wurde, die Gebäude nicht höher sein durften als die Gebäude der Stalinallee. Okay, also irgendwie ist es ja schön, dass so eine Kirche ein zweites Leben sozusagen bekommt als Konferenzzentrum. Und trotzdem ist es nicht auch schmerzhaft, dass die Herzkammer eines solchen religiösen Ortes heute nicht mehr für Religion genutzt wird? Es ist ja nicht so ausschließlich Konferenzzentrum, sondern es ist auch noch Gottesdienstort. Deswegen hat dieser Raum quasi die beiden Seiten. Wenn wir uns zu dieser Seite umdrehen, hier ist eben das Kreuz und hier kommt der Altar nach oben. Und hier feiern wir auch dann und wann zusammen Gottesdienst. Zum Beispiel, was jetzt bevorsteht, das große Weihnachtsfest. Das feiern wir hier in diesem großen Saal mithilfe des Umweltforums. Okay, und jeder aus der Nachbarschaft ist eingeladen und kann hier teilnehmen. Ganz genau, kann mitfeiern. Sehr schön, okay. Ja, vielen Dank. Ah, da wird zum Feierabend geläutet. Das war er, unser Spaziergang durch die Friedenstraße. Und ich bin ehrlich begeistert von dieser Kreativität in Sachen Neunutzung alter Gebäude. Weinkeller ist heute Boulderhalle, das Elektrizitätswerk, ein Theater und die Kirche, ein Konferenzhaus. Spannend, oder? Weitere Infos zur Sendung finden Sie im Internet heimatjournal.de oder im rbb-textseite 364. Kommende Woche ist Ulrike dann unterwegs in Wrietzen. Tschüss. Und da in Wriet. Tschüss. Guten Morgen. Tschüss.